Hallihallo und herzlich willkommen bei Wir Müssen Reden, der NLP und Scrum Podcast. Als erster Podcast dieser Art verbinden wir zwei spannende Welten mit der Absicht für Dich mehr Nachhaltigkeit in Agilität und Deiner Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen. Schön, dass Du da bist. Los geht's! Ich schon wieder, in der heutigen Folge reden David und ich darüber, wie Du Deine Partnerschaft liebevoller und ehrlicher machen kannst, indem Du aufhörst, die Gedanken Deines Partners zu lesen und einfach mal was Neues ausprobierst, wie zum Beispiel die Wünsche offen auszusprechen. Das und vieles mehr in der Folge. Lina! Oh, da sind Aufnahmen drin. Upsi. Wie, Du bist ein Berliner. Ich bin Berliner, ja. Wir haben gestern Exit the Room gespielt. Bist Du auch so mit Marmelade gefüllt? Ja, ich bin Berliner. In Micke kann man reinbeißen. Reinbeißes? Wie sagen die Berliner? Reinbeißes? Ich hab keine Ahnung. Oh Mann. Ja. Was Exit the Room? Ja, wir haben gestern Exit the Room, der Fall Berlin gespielt. Online. Und da hab ich die Stimme von dem Berliner. Ich bin Berliner. Wat magst du so, ja? Bei uns? Da ist das so. Da hab ich den Akzent so ein bisschen. Ich kann's nicht richtig. Ich geb's ja zu nur. Wir brauchen mal einen Interviewpartner aus Berlin. Oh, da hätte ich jemanden. Das ist bestimmt witzig. Ja, schön, dass Du wieder dabei bist. Der aufmerksame Zuhörer hat natürlich mitgekriegt, dass die letzte Folge nicht ganz vollständig war. Ja, ich hab ein Thema offen gelassen. Und zwar Partnerschaften. Und es ist super witzig, dass wir zur Zeit so viele Doppelfolgen machen. Das ist jetzt die dritte hintereinander, wo wir Doppelfolgen machen. Ja, es gibt einfach zu viele Sachen, über die wir sprechen. Wir müssen reden. Das ist, ich meine, der Name ist Programm. Also, in dem Fall, ich hol dich nochmal ganz kurz ab und wirklich nur ganz kurz ist. Also, wir sind beim Gedankenlesen. In dem Fall? Schneefall. Schneefall? Schneefall. Den gibt's auch da draußen. In dem Fall Schneefall. Ich glaube, der David ist auf irgendwelchen Drogen. Es tut mir leid, lieber zuhören. Der David hat heute irgendwas genommen. Irgendwas ist komisch hier. Auf jeden Fall. So. Wir sind stehen geblieben beim Thema Gedankenlesen. Also, das, was die Magier da draußen alle schon können. So wissen, was du denkst. In Wirklichkeit machen die das ganz anders. Gibt's auch tolle Tab-Talks und andere Dinge dazu. Und wir haben darüber gesprochen, wie sich das in deinen persönlichen Beziehungen, bei Freundschaften auswirkt und bei Leuten, die du neu kennenlernst. Als auch ein bisschen im Arbeitskontext. Worüber ich jetzt sprechen möchte, wo ich ein bisschen dran anknüpfe, ist das Thema Partnerschaften. Ich finde, ich fange da mal wirklich ganz vorne an. Erinnere dich doch einfach mal, wann du das erste Mal oder wann du das letzte Mal einfach gedatet hast. Ich finde, wenn ich mich zurückerinnere, wie oft ich das schon hatte, dieses, ich lerne jemanden kennen in der Bar, heutzutage auch bei Tinder oder wo auch immer, ich lerne jemanden kennen und ich habe Kontakt mit der Person, wir tauschen Nummern miteinander aus und dann geht so diese Standardphase los, diese drei Tage Phase, die psychologisch, wer auch immer den erfunden hat, du gehörst weggesperrt, diese Psychologienummer, denjenigen zappeln zu lassen. Weil damit macht man sich angeblich attraktiver. Also ich weiß nicht, wer den Scheiß erfunden hat. Es tut mir leid, das ist echt, ich halte von der Nummer nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht, nur... Ich glaube, das hat was mit diesem, also quasi künstlich irgendwie so eine Limitierung da machen. Das ist quasi nur rares Gut, das ist nicht ständig verfügbar und deshalb wird es attraktiver. Das ist quasi wie, wenn du auf dem Markt ein Produkt anbietest und sagst, ja, du, es gibt nur noch zehn Plätze. Oh, diese Marketingnummer, ja. Das ist gar nicht so. Ich glaube, also das ist meine Theorie, ich glaube, dass das der gleiche Mechanismus ist, der dahinter steckt. Also wir wissen beide nicht, wie dieses psychologische Phänomen heißt. Das wäre jetzt Gedankenlesen, das ist einfach nur eine Vermutung, die ich habe. Und wenn du es weißt, schick uns gerne eine Mail. Nur was ich damit sagen möchte, ist, das ist wie so ein, ich finde das wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, das da am Anfang bei den Leuten gespielt wird, wo ich denke, boah, können wir den Kindergarten aufhören? Das ist echt, lass es einfach. Ich finde das, ich finde das wirklich, wenn ich mal so drüber nachdenke, mir ist das auch schon passiert, wo ich denke, wozu? Weil der Punkt ist, der frühere, der Dong, der hat sich dann echt Gedanken gemacht, so dieses, die antwortet nicht. Mag sie mich jetzt nicht mehr? Oder habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oder bin ich hier nicht wichtig genug? Ich weiß es nicht genau. Habe ich das erste Date doch vermasselt? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was hier läuft. Und wenn du dich dann wieder findest, das ist mir schon mehr als einmal, ist mir das früher schon passiert. Wo ich gedacht habe, oh Mann. Ja, und früher ging dann halt die Gedankenschleife los, ne? Von wegen, oh Mann, was habe ich denn Falsches gesagt? Was hätte ich da jetzt bitte anders machen können? Was muss ich denn jetzt bitte noch das nächste Mal tun? Ich werde sie nie wiedersehen. Es ist vorbei, bevor es angefangen hat. Ja, ja, genau, richtig, ja. Und dann, das ist auch ein lustiges Phänomen, an dem ich zumindest gerade mal noch nachdenke, das machen wir nochmal andere Folgen drüber. Das Lustige ist ja daran, wenn dann das gewünschte Ereignis eintritt, ändert sich auf einmal wieder alles, auch in der Vergangenheit. Also ich kann mir quasi, ich konnte mir extrem gut, drei Tage lang, vier Tage lang alles kaputt reden und ich habe quasi die andere Person schon abgeschrieben, habe es mir so lange kaputt geredet, dass ich mir dachte, hä, der blöde Mensch, ich will eh nichts mit dem zusammen tun haben. Und dann kommt dann irgendwann die Antwort, so von wegen, oh ja, sorry, ich war voll beschäftigt und da und da und dann habe ich mein Ladekabel verloren und ich weiß nicht was und ich konnte nicht antworten. Und lasst uns doch, wie sieht es denn morgen aus? Können wir uns morgen treffen? Und zack, alles hat sich geändert. Es ist alles auf einmal anders. Alles, was ich mir vier Tage lang komisch geredet habe, ist auf einmal mit einem Schnips ganz anders. Und die Person ist auf einmal wieder der Größte, die Größte. Es ist doch komisch, oder? Was unser Gehirn da macht. Ich finde das total komisch. Also nicht nur, wir können nicht nur unsere Zukunft beeinflussen, sondern mit dem, was passiert, wird auch noch die Erinnerung verändert. Das Gefühl wird einfach verändert. Das ist ja so ein Gesamtgleichgewicht. Das ist die Balance. Und ja, lass uns darüber, es gibt da auch richtig schöne Methodentechniken und Timeline und was weiß ich was alles. Nur ich glaube, das sprengt den Rahmen heute mit. Wir verschieben das auf die Zukunft. Wir kommen bestimmt immer drauf zurück. So, und dann gibt es diese erste Phase und was ich jetzt einfach mal als Idee dir mitgeben möchte, ist, mal dir doch mal ein lustiges Szenario aus. Derjenige hat sein Handy runtergeschmissen, es sind tausend Teile zersprungen und er hat jetzt erstmal kein Handy, weil er muss sich jetzt ein neues kaufen. Und die SIM-Karte geht noch, aber er muss sich jetzt erstmal irgendwie ein neues Handy besorgen. Und das ist der Grund, warum er nicht antwortet. Oder vielleicht ist ihm das Handy auch in die Toilette gefallen, der Person, der Dame oder dem Herrn. Also, weil du es gerade sagst, ich kenne den Fall, nicht von mir persönlich, aber ich sage mal aus der Familie. Es gibt Menschen, die es unheimlich clever halten, in ihren Hemden die Handys in diese Hemdtasche oben rein zu tun, in die Brustasche. Und wundern sich dann, wenn sie sich mal nach vorne lehnen, aus irgendwelchen Gründen, dass das Handy rausfällt. Das ist eine geile Geschichte, immer weiter. Und, also ich weiß nicht, wie oft ich schon in der Family mitgekriegt habe, dass das Display in tausend Teile zersprungen ist, weil das Handy zum hundertsten Mal aus der Tasche vorne rausgeflogen ist. Und aus ähnlichen Gründen, was genauso toll ist, ist, wenn das Handy dann hinten in der Hinterntasche, der Hose drin ist und es dann da aus irgendwelchen Gründen auch immer rausfällt und dann in Klo oder anderen Sachen landet. Ja, das ist so geil. Mir hat jemand mal erzählt, das ist ein Mädel, und die erzählt mir, ja, ich habe mein Handy irgendwie mal hinten in der Hosentasche und dann ziehe ich das halt raus und das ist ja irgendwie so ein bisschen Trend. Und dann einmal, irgendwie bin ich total gedankenversunken, Tür aufgemacht, habe mich auf die Toilette gesetzt und dann hat es Fluff gemacht und das Handy ist in der Toilette geschwommen in der Toilette. Ganz toll. Ja, das sind jetzt ein paar Beispiele, was du dir überlegen kannst, was demjenigen passiert ist. Mach dir einfach mal andere Gedanken. Ja, so. Und während das dieser Person, diese tragischen Momente dieser Person passiert sind, hättest du früher zu Hause gesessen, hättest dir Gedanken gemacht, oh, mag sie mich nicht mehr, sie antwortet nicht. Und vielleicht ist die Person gerade dabei, ihr Handy aus dem Klo zu fischen. Man weiß es nicht. Also die Message ist glaube ich klar, wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen, weniger Gedanken lesen versuchen irgendwie und vielleicht dann doch lieber, ne, das wäre jetzt schon ein kleiner Vorgriff, aber egal. Dann bitte, denk, mach dir so lange positive Gedanken, das macht zumindest bessere Gefühle. Beste Option. Und am besten witzig. Und am besten witzig, ja. Jetzt machen wir was ganz, jetzt kommt ein Special Effect, jetzt kommt was ganz Neues. Der ist jetzt übrigens, ich möchte noch kurz nochmal explizit machen, ne, der ist jetzt bewusst, dass wir den Leuten auf jemand antwortet, nicht denen das Klo dahin gehackert haben. Ich bin voll schön auf die Post, oh man. Ja. Tut mir leid, Kopfkino. Bin gespannt, was wir für ein Feedback kriegen. So. So, was wir jetzt machen ist, uh, wir gehen jetzt in die Zukunft. Ich kann zaubern, das heißt, angenommen, ihr seid über diese Anfangs-, über diese, nennt sich rosa Brille-Phase hinaus und du bist in einer tollen, wunderbaren Beziehung, das wünsche ich dir zumindest. Und ihr seid jetzt schon ein bisschen länger in einer Beziehung, das heißt, da sind so die ersten Frühlingsgefühle gehen jetzt weg, also das, was der David so beschrieben hat, sodass man einfach über das, was vorher schlecht passiert ist, komplett darüber berätst du mit einer guten Tat, die jemand vollbracht hat in der Beziehung. Und du kommst an einen Punkt, wo du merkst, so dieses, boah, wenn meine Freundin, oder ich mach's jetzt mal aus meiner Perspektive, wenn meine Freundin mich liebt, dann müsste sie doch mittlerweile wissen, dass sie mich einfach mal, wenn ich nicht gut drauf bin, einfach mal in Ruhe lassen soll. Ich komm grad von, von dem, von meiner Arbeit wieder und, oh, ich bin, und dann will sie immer fragen, wie's mir geht und ob alles in Ordnung ist und will aber, ich will einfach nicht mit jemandem drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob dir der schon mal untergekommen ist, nur, also mir ist da, mir ist da schon passiert ist und da sind ein paar lustige Annahmen drin, dass die Person gegenüber wüsste, dass ich jetzt meine Ruhe haben will, ohne dass ich's ihr gesagt habe. Ja, das ist so. Ja, und ich mein, da gibt's ja zig Beispiele, ne, also, ich mein, der Klassiker, glaub ich, und ich weiß auch nicht mal, ob ich den jetzt aus Filmen oder sonst wo her hab, nur dieses, ja, also, wenn mich meine Partnerin lieben würde, dann würde sie mir doch mal Blumen mitbringen, oder mein Partner. Oder nur wenn, also, ich, ich komm jetzt abends nach Hause und, also, ist, 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 ist jetzt kein Essen fertig, oder wie? Weiß doch, dass ich dann gerne was gekocht hätte. So, also, das sind alles solche Annahmen, die da, die da im Raum stehen, von denen dann ich erwarte, oder du eventuell auch bis gerade eben, dass deine Partnerin oder dein Partner weiß, was du möchtest in der jeweiligen Situation. Ja, das ist gefährlich, das sorgt schon für Spannung. Ich find den, ich find den spannend an einer ganz bestimmten Stelle, der ist mir wirklich passiert, also, ist es so. Meine Freundin und ich, wir, wir arbeiten an unserer Beziehung. Ich find das ein sehr wichtiges Thema, das du auch für dich mitnehmen kannst und einfach mal drüber nachdenkst, ist, ich finde, meine Meinung ist, eine gute Beziehung ist eine stetige Weiterentwicklung. Weil, bis ich einen Menschen wirklich kenne, dass ich, auch nur ansatzweise behaupten könnte, dass ich Gedanken lesen kann, ihn verstehe und ihn nachempfinden kann, was wahrscheinlich nie passieren wird, in 100 Prozent, nur, ich kann ansonsten nicht herausfinden, wie eine gute Beziehung funktioniert. Also, das ist so, ich mach das dir ganz konkret an einem Beispiel. Ich find dieses Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, ich kann's nachgucken, ich glaub, es heißt die fünf Sprachen der Liebe. Ich find das super interessant, weil in diesem Buch geht es darum, es gibt eine Priorität, wie in einer Partnerschaft, was in einer Partnerschaft Bewertung findet. Ich nenne dir jetzt kurz die fünf Kriterien, damit du sie weißt. Es gibt Geschenke, es gibt Service, was wir grad hatten, wenn du mich liebst, dann kochst du mir mein Essen. Es gibt Berührungen, Komplimente und Momente. Das sind die fünf, die in diesem Buch definiert worden sind. Und ich find das ein ganz schönes Beispiel für Gedanken lesen, weil diese fünf Sachen kriegst du fast nicht raus, nur durch Beobachten. Weil derjenige kann sich ja einfach so über Geschenke freuen. Deswegen weißt du nicht, ob derjenige Geschenke über Momenten hat oder wie auch immer. Boah, das ist echt spannend, ja. Das stimmt. Also prüf den mal für dich. Ich hab dir jetzt die fünf gesagt und ich sag dir mal, was meine Freundin und ich gemacht haben, ist, ich hab mal offen drüber geredet, was ist mir wichtig? Also von diesen fünf Kategorien, welche Sachen sind mir besonders wichtig? Für mich, an erster Stelle stehen Momente. Also praktisch alles, wo wir was zusammen erleben, wo wir was zusammen machen, sonst irgendwas. Dann, an zweiter Stelle, kommt für mich, warte kurz, jetzt muss ich überlegen, war das, es ist Service. Also Service heißt halt, wenn mir jemand mal was Gutes tut. Angenommen, mir geht's mal nicht so gut und meine Freundin nimmt mich in den Arm oder sonst irgendwas. Als drittes kommt für mich Komplimente. Nee, Entschuldigung, Berührungen. Berührungen, das heißt halt einfach, dass man sich mal in den Arm nimmt oder sonst irgendwas. Dann kommen Komplimente, dass man also offen ausspricht, ob man jemanden mag. Und dann kommt für mich zum Beispiel Geschenke. Also Geschenke ist in meiner Hierarchie ziemlich weit unten, wenn es darum geht, um jemandem meine Liebe zu zeigen oder wie gern ich jemanden habe. Ist Geschenke deine eigene Kategorie nochmal? Geschenke ist eine eigene Kategorie. Okay. Weil ich hatte gerade nur die Assoziation, ich hab mich nämlich gefragt, oder was ich eine spannende Frage finde. Ich glaube, ich krieg das raus dadurch, wie und was ich gerne verschenke. Ich bin nämlich da ganz bei dir. Ich verschenke total gerne Momente und Erlebnisse. Also ich mag's überhaupt, ich mag das nicht, sondern ich hab's viel, viel lieber, zum Beispiel meinen Brüdern ein Konzert zu schenken. Oder mit jemandem irgendwas zu machen, wo ich dann nachher ein Erlebnis habe mit derjenigen Person. Oder die Person selber nachher irgendwas erlebt, was sie wahrscheinlich nie wieder vergessen wird. So, und irgendwie sowas zu schenken, wie jetzt, ich bin jetzt ganz subtiles Beispiel, ein Amazon-Gutschein oder sowas. Also, boah, da schenke ich lieber gar nichts, bevor ich sowas schenke. Also so materialistische Dinge, weißt du, wie ich meine? Damit kriegst du's raus, das ist der Punkt. Genau, damit krieg ich's für mich raus. Woher weiß dein Partner, was dir wichtig ist? Ja, und mir ist halt auch gerade aufgefallen, dass ich einfach meine Präferenz dann auch nutze, um anderen Leuten diese Geschenke zu machen. Jetzt bei meinen Brüdern bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das ähnlich sehen. Nur bei anderen Leuten ist es gut, das vorher rauszufinden. Und da hilft natürlich eine gewisse Beziehung, oder dass man sich halt kennt, damit ich rausfinden kann, was derjenige möchte oder nicht. Der Rest ist Gedankenlesen. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, ist dir David's Formulierung aufgefallen? Ich bin mir sicher, jetzt stell dich mal in eine Anschlussfrage. Hast du deine Brüder jemals gefragt, was ihnen bei Geschenken wichtig ist? Nein. Das war eine Hypothese. Eine Hypothese und nein, ich hab nicht nachgefragt und das werde ich mal tun. Das werde ich tun. Und ich find dieses Beispiel so schön, weil worum es mir darum geht ist, dass du offen mal drüber sprichst, was dir wichtig ist. Das ist jetzt ein Aspekt. Also ich finde, Service kann ja viel bedeuten. Momente kann auch viel bedeuten. Nur was ich gemerkt habe, seit ich das mit meiner Freundin gemacht habe, ist, ich krieg oft, wir gehen zusammen in die Berge. Wir gehen ins Impro-Theater. Wir machen einen Ausflug. Ich krieg eine Überraschung und die führt mich irgendwo. Also sie weiß, dass es mir wichtig ist und dass es schön ist für mich, dass ich es gut finde, dass es toll ist. Und deswegen hat sie jetzt die Chance, das auch zu tun, anstatt zu interpretieren, was sie mir schenken soll. Das macht es einfacher für dich, offen damit umzugehen und nicht zu raten, okay, mag ich sie jetzt eher schmuck. Sie hat viel, nur heißt es jetzt ein Zeichen, dass sie es gerne mag oder ist es ihr zu viel, wenn ich ihr jetzt noch was schenke? Also ich finde, sprich es offen an. Ich finde den sehr, sehr wichtig. Was würdest du denn jetzt noch für die letzten paar Minuten, was kann man denn da jetzt wirklich explizit mal als Tipp mitgeben? Also ich meine, jetzt kriege ich dann irgendwann raus, dass ich Gedanken lese. Ja. Oder halt auch nicht mehr so viel. Nur wie gehe ich denn jetzt mit um? Beste Option haben wir schon angesprochen. Auf dem Ansprechen haben wir jetzt gehabt. Genau, also einfach nochmal irgendwie so ein paar konkrete Tipps mitgeben für den lieben Zuhörer und die liebe Zuhörerin. Also aus meiner Erfahrung, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn angenommen, und das passiert in Beziehungen, habe ich zumindest gehört und finde ich auch zu einem gewissen Grad gesund ist, du streitest dich mit deinem Partner, aus welchen Gründen auch immer. So, was ich jetzt oft bemerke, ist, beim Streiten passiert das vielen Menschen, dass sie in, sie meinen den vielleicht nicht so, sie gehen in eine Du-Vorwurfskommunikation. Du verstehst mich nicht, ich, ich, also mal als Beispiel, den finde ich wirklich tolles. Und der kommt aus dem, bisschen auch aus dem Fernsehen. Im Fernsehen ist es so, es wird suggeriert, wenn jemand länger auf der Arbeit bleibt, dann, vor allem die Männer, dann besteht die Chance, dass derjenige eine Affäre hat, weil er länger arbeiten muss. Ist nicht immer so, nur, was ich damit sagen will, es wird suggeriert in den Filmen. So, was jetzt bei vielen Menschen passiert ist, zumindest in der Erfahrung, die ich gemacht habe, bei den Frauen, wenn die dann neidisch sind, dann sagen die, wo warst du? Und ich so, auf der Arbeit? Und mir ist es dann wirklich mal passiert. Total witzig. Ich habe dann wirklich solche Sprüche an den Kopf geschmissen bekommen, wie, du willst ja gar nicht mehr nach Hause kommen, du magst mich ja gar nicht mehr. Warum bist du so lange auf der Arbeit? Das kann doch gar nicht sein. Immer musst du arbeiten. Du hast so viel zu tun. Wo bleibt da unsere Beziehung? Das kann doch nicht sein. Du liebst mich nicht mehr, oder was ist denn das Thema an der Stelle? Hast du irgendwie, also sie hat es nicht gesagt, die Person, also meine Ex, nur ich könnte mir vorstellen können, dass dann auch immer der Satz fliegt, hast du eine Affäre, oder was ist mit dir los? So. Und den Tipp, den ich dir an der Stelle einfach mal gebe, ist, dass du, wenn du mit deinem Partner sprichst, egal wie emotional du bist, bleib bei dir. Ja. Und das geht ganz einfach ist, du bleibst in der Ich-Kommunikation. Ich fühle mich nicht gut, wenn du lange auf der Arbeit bleibst, weil ich das Gefühl habe, dass du irgendwie, also wenn du ganz ehrlich sein willst, dass du fremd gehst zum Beispiel, oder sonst irgendwas. Oder ich fühle mich nicht gut, weil irgendwie möchte ich Zeit mit dir verbringen und du bist nie da und sonst irgendwas. Ja, auch da, das ist jetzt auch da ein wunderschönes Beispiel dafür, einfach nur in die Beobachtung gehen, was du beobachten kannst. Und dann kannst du einfach sagen, hey, ich beobachte oder ich nehme wahr, dass du in letzter Zeit später von der Arbeit kommst als sonst. Und da gehört kein Häufig rein oder so, sondern es einfach nur, ich nehme wahr, dass du später von der Arbeit kommst. Und das macht mir schlechte Gefühle. Was ist denn los? So, dann bleibst du bei dir und dann ist die Kommunikation viel, also auf jeden Fall einfacher zu führen und konfliktfreier zu führen als das, was der Long gerade schon ausführlich ausgeführt hat. Du hast praktisch keine Chance, Gedanken zu lesen, weil du kannst nur sagen, ich fühle mich so und so, plus Verhalten XY. Und jetzt kommt der Kicker. Das, was ich auf der Arbeit gemacht habe, ist das Weihnachtsgeschenk, den Weihnachtskalender in mühsamer Arbeit, 24 Teile zu füllen. Die Kollegen haben mich schon schräg angeguckt, weil ich eine Stunde länger auf der Arbeit bleibe, um so kleine Päckchen zusammenzupacken. Die Süßigkeiten und Geschenke reinzupacken. Und sie so, was machst du da? Ich so, ja, meine Freundin ist daheim, ich kann das Geschenk ja nicht basteln, während sie da ist. Wir wohnen zusammen, geht ja nicht. Und das war der Grund, warum ich länger auf der Arbeit geblieben bin. Ja, klasse. Also das ist zum Beispiel mal ein Thema, dass du in der Ich-Kommunikation, es hilft dir, in der Ich-Kommunikation zu bleiben, dass du bei dir bleibst. In so einer Situation. Also das finde ich sehr, sehr praktisch, weil du dann von dir sprichst und was du denkst, darfst du ruhig aussprechen. Und da auch nochmal der Rückgriff auf die älteren oder etwas älteren Folgen, auch diese Worte mit häufig und immer. Also einfach nur die Bitte, versuche darauf zu achten, dass du die Wörter mehr und mehr aus deinem Wortschatz streichst, weil das ist halt auch Interpretation. Also ich glaube, ich kann mich da jetzt auch nicht frei von sprechen. Wir neigen dann gerne mal dazu, früher zumindest zu sagen, so als immer kommst du so spät von der Arbeit. Und das stimmt gar nicht, weil was heißt denn wirklich immer? War es jetzt vielleicht zweimal in den letzten zwei Wochen, dreimal in den letzten Wochen? Und gerade in solchen konfliktgeladenen Gesprächen passieren dann solche Formulierungen doch ganz gerne mal. Übrigens, das war kein Rückgriff auf die Vergangenheit, sondern ein Vorgriff auf die Zukunft, David. Die letzte Generalisierung, die wir hatten, waren Männer, Frauen und das mit dem Immer-Thema kommt noch. Ach, das haben wir noch gar nicht gemacht? Ach man. Du bist so gut, David. Ich bin schon ganz verwirrt mit den ganzen Zukunfts- und Vergangenheitsgeschichten hier. Alles gut. Du kannst die Zukunft sehen, wie du das auch immer machst. Gedanken lesen. Genau, das ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit. Dann, was ich auch gut finde, ist natürlich zu fragen. Also, dass du fragst, was derjenige denkt für sonst auch immer. Also, du könntest denjenigen ja auch fragen, was, also in dem Fall natürlich tricky, weil er wird es dir nicht verraten, er wird ausweichen, wenn du fragst, was machst du nur die ganze Zeit auf der Arbeit, du bist so, hm, nichts. Arbeiten? Genau. Awkward Situation. Nur generell, frag doch, was die Leute denken. Also, ich gebe dir gerne noch ein Beispiel. Wenn dein Partner irgendwie, ich sag mal, wenn sie es komisch anfühlt, wenn er irgendwie schlecht gelaunt ist, wenn du was Bestimmtes machst, dann frag ihn doch mal explizit, was ist das Thema. Ich gebe dir ein Beispiel bei mir. Ich habe es erlebt in der Beziehung, in der wunderbaren Beziehung, die ich jetzt führe. Ich esse gerne mal alleine. Das klingt jetzt erstmal komisch. Ist aber so. Das heißt, angenommen, wenn jetzt zu den Zeiten, wenn irgendwie Homeoffice ist und so weiter und wir alle drei essen, zusammen essen, irgendwann gibt es einen Zeitpunkt in der Woche, wo ich sage, du, ich möchte jetzt gerne mal ein Essen alleine essen. Und das ist einfach so ein Bedürfnis, wo ich nicht, ich muss nicht hier das Essen mit jemandem zusammen machen. Nur dadurch, dass ich, also praktisch, dass ich frage, in dem Fall habe ich gefragt, so, können wir drüber sprechen? Was ist denn, woher kommt denn das, dass es dir so wichtig ist, dass wir immer zusammen essen? Und meine Freundin hat mir dann geschildert, das liegt daran, dass in ihrer Familie es ganz typisch ist, beim Essen, da wird zusammengesessen, zusammengekocht, für sie sind das tolle Gefühle, sie ist es gewohnt, wenn sie lange mit jemandem zusammen ist oder mit jemandem zusammen wohnen, temporär oder wie auch immer, dass alle Essen zusammen gemacht werden. Und ich bin es halt schon, also, ich bin da halt einfach so, ich mache gerne auch mal irgendwas alleine. Also es hat, und... Tja, super spannend. Ja, und das Ding ist dadurch, dass ich sie gefragt habe und sie mich gefragt hat, was der Grund ist, warum ich das mache, das sage ich, das hat nichts mit dir zu tun. Überhaupt nichts, sondern ich mache das einfach gerne, ich setze mich gerne mal vor eine Serie und gucke einfach mal in Ruhe die Serie und esst dazu. Ist halt einfach mal so. Ja, ja, spannend. Und deswegen, mein Tipp an der Stelle, frag deinen Partner, weshalb er etwas tut und hör auf mit der Interpretation. Weil wenn du ihn fragst, dann ist es kein Gedankenlesen mehr, weil dann weißt du, derjenige macht das, weil in der Familie ist es typisch. Oder die Person ist deswegen sauer, weil sie es eben gewohnt ist, dass sie es typisch in der Familie macht. Und ich bin es nicht gewohnt. Als du jetzt gerade nochmal die Geschichte mit der Arbeit erzählt hast, jetzt vielleicht noch so als Gedankenanregung, da können wir auch nochmal eine extra Folge zu machen. Ist es eigentlich dann eine Lüge, wenn dich deine Partnerin fragt, was machst du auf der Arbeit? Du müsstest jetzt korrekterweise eigentlich sagen, ich bastel dir gerade dein Weihnachtsgeschenk. Aber das macht ja keiner. Das heißt, wenn du dann sagst, ja, abarbeiten, ist es dann eine Lüge oder nicht? Ich glaube, viele Leute würden das als Notlüge bezeichnen. Ja, genau. Aber den finde ich tricky, merke ich gerade. Gibt es zwei Varianten. Du weißt der Frage aus, ah, weißt du, mir fällt ein, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, weißt du, dass der Nachbar jetzt, der neu drüben eingezogen ist, die haben jetzt Kinder. Kannst du probieren? Ja. Kann sein, dass der funktioniert, wenn du das Gespräch lang genug ziehst, dass du weggehst. Und das Zweite ist, du kannst auch ehrlich sein. Warum nicht? Du kannst sagen, ich bereite gerade für jemanden ein Geschenk vor auf der Arbeit. Tja, das ist natürlich wieder die offensichtliche Lösung. Guck. Ja, stimmt. Hast du schon mal probiert? Du musst ja nicht sagen, du kannst auch sagen, dass es für sie ist oder für ihn, wenn du magst, kannst du auch sein. Du kannst einfach sagen, ich bereite gerade für jemanden ein tolles Geschenk vor und da brauche ich ein paar Sachen. Die Sachen habe ich halt auf der Arbeit liegen und dann bleibe ich halt und mache das halt in den Pausen zwischendrin. Deswegen dauert die Arbeit halt ein bisschen länger. Ja, aber dann auch ein bisschen subtiler. Ich bereite gerade was ganz Besonderes vor. Kannst du sogar noch. Also ich finde, du kannst ehrlich bleiben. Ja, das stimmt. Ohne dich dabei zu verraten sofort, was es ist. Und selbst wenn, dann sagst du halt, ich bereite gerade dein Geschenk für Weihnachten vor. Ne, passt. Dann machst du auch noch Neugier. Dann haben wir uns die Folge schon gespart. Das ist super gut. Danke für die Antwort. Auf den bist du so noch nicht gekommen? So wie du reagierst, also das ist auch wieder eine Interpretation, aber auf den bist du vorher nicht gekommen, oder? Ne, jetzt als ich so kurz drüber nachgedacht habe, nicht, ne. Fand die Frage nur interessant. Hm, ist das jetzt eine Lüge oder nicht? Aber ich könnte ja einfach ehrlich sein, das ist richtig. Ich finde ja, ob jetzt nur Lüge oder Lüge, wenn ich sage, ich mache nicht das, was ich finde, ich finde den nicht schön. Ja, ehrlich sein hilft immer. Ich bin gerne ehrlich. Das ist eine Generalisierung, die gilt auch immer. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann sind wir jetzt wieder an unserer Marker dran. Ja, das stimmt. Deshalb machen wir jetzt auch einfach Schluss. Heute darfst du wieder deinen tollen Spruch bringen. Vielen Dank, dass du zuhörst. Der geht auch. Ja, ich meine hier so einen tollen Reimspruch oder sowas. Hast du einen auf Lager? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri. Okay, ne, dann sagen wir einfach mal, was fällt mir jetzt gerade ein? Tschaule, Paule. Tschaule, Paule. Tschaule, Paule. Tschaule, Paule. Tschaule, Paule. Tschaule, Paule. Untertitelung des ZDF, 2020